Mein Name ist Oliver Hegi, ich bin Profikonsturner und jetzt gibt es InsideZell. Boden Mit dem Bäcker Entspannen, Söhnen Lernen Physik lernen Menschen wollen ihre Ziele mit allem, was sie haben, verfolgen und erreichen. Wahrscheinlich als sehr ruhig. Harry Potter war ich immer ein riesiger Freund. Am liebsten wäre ich gerne mal einen Physiker später. Ich bin sehr besserwisserisch. Ich konnte früher mal Zauberwürfe lösen. Ich wäre sehr gerne etwas geduldiger. Wahrscheinlich meine Gitarre. Es gibt tausende Messgeschichte. Wahrscheinlich die Pasta. Ich kann nicht gerne gelassen. Kaffee. Ein Vogel, dass ich mal fliegen könnte. Meer. Wahrscheinlich Skispringen. Für mich der Feserer. Kann ich kennen? Sollte mir vielleicht mal einen zuhören. Auch das, ich tanze eigentlich nicht gerne. Meine Freundin hätte zwar gerne, aber ich kann gar nicht tanzen. Mein Telefon. Ich kann nicht so viele traurige Filme eigentlich. Scrubs. Wahrscheinlich die Kunstturnen. Bale. Bale. Indonesien. Beste. Forsche Binnen. Bale. Wenn ihr noch mehr über die anderen Athleten von Semgroup wissen wollt, dann folgt Semgroup.